Feuer gefällig Bereit für den Kampf! Wolfgehe Industrie Peace! Musik 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 Das erste Blut wurde vergossen. Ein glorreicher Schachzug. Ich nehme den hässlichen. Das ist schon besser. Komm! Dann mal los! Ich nehme den hässlichen. Der Gegner hat sie unterschätzt. Schaut genau hin! Das ist schon besser. Lernen sie daraus und kehre vor. Zerstört. Für Kasmodon! Ich bin ganz ohr. Ich grüße euch! Schwerter für 300, bitte! Was? Ich war gar nicht tot. Ich hab nur kurz meine Augen geschlossen. Lasst mir meinen Frieden oder ihr werdet bald in Frieden ruhen, Freundchen! Ein Talent ist verfügbar. Ja, sehr gut. Ein glorreicher Schachzug. Das nenne ich eine Darbietung. Gut gemacht. Wir haben unsere Trigler-Protektoren durch das Kampfgeschehen im Nexus angepasst. Machen Sie sich bereit für einen Feldtest. Ihre Strategie geht auf. Oh, da hat jemand geübt. Oh, ihr wollt wissen, wie es ist, an Amnesie zu leiden? Kein Problem! Ich sag's euch! Es ist, ähm, äh, also, äh... Krieglach-Terminal online. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, um den Mac zu steuern. Schleifung des Fans Schleifung des Fans Zeit, ein paar Knochen zu brechen! Ein effektiver Angriff. Für Kasmodon! Sie dürfen ein Talent wählen. Doppelkirch, ich bin beeindruckt. Ihrem Blutdrauch wurde ein Ende gesetzt. Der Stuhl ist ein Geschenk. Erlaubt mir, es mit euch zu teilen. Blutrausch. Triglav Protektor einsatzbereit. Designieren Sie einen Piloten und einen Richtschützen, um die Bewaffnung zu testen. Die Waffen des Protektors können nicht ohne Richtschützen eingesetzt werden. Ich werde die Waffen zu verabschieden. Der Protektor wurde besinnt? Interessant. Sie haben eine Festung eingerissen. Ihre Strategie geht auf. Grüßt eure Vorfahren von mir! Versucht doch, mich aufzuhalten! Zeit, ein paar Knochen zu brechen! Wählen Sie ein Talent! Nur weiter so! Für die Bronze werden! Der unendliche Abgrund verschwindet euch! Ich nehm den Hässlichen! Dann mal los! Das ist schon besser! Wir müssen uns neu formieren. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Aus dem Weg! Ich muss mal kurz verschnaufen. Höchste Zeit, in die entgegengesetzte Richtung vorzurücken. Aus dem Weg! Ich bereite Ihnen ein weiteres Terminal vor. Ich nehm den Hässlichen! Worauf wachst du hier? Nehmt das, Bastard! Es ist an der Zeit, Herrschaften. Kontrollieren Sie das Terminal und übernehmen Sie den Protektor. Auf geht's! Sie dürfen ein Talent wählen. Kann mir irgendwer Gold leiden! Ich bin ein Wind! Eine erfolgreiche Schlacht! M.V.P. M.V.P. Du solltest die Könige nicht verärgern. Du solltest die Könige nicht verraten. 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 Eiskalt. Mach dir keine Sorgen, Mr. Picklesworth. Diesmal werde ich nicht zulassen, dass dir jemand auch nur ein... Die Engel haben einen Mörser-Beschrafer ins Feld geschickt. Ja, unverzügig. Weiter so, mein Diener. So ist es. Der Beschrafer, unsere Feinde ist gefallen. Nun sind sie uns ausgeliefert. Ich muss euch vorerst verlassen. Alles verläuft ganz nah klar. Doppelkill. Mein Plan geht auf. Eiskalt. Blutrausch. Dein Blutrausch ist vorüber. Hüah! Bälle eintallen. Nur alte Föse überlebt. Ihr wagt es, mich anzustupsen? Mich, den Erstlich von Naxxramas, Lichtschluss der Pestländer, Kommandant der fliegenden Nekropole, Oberhaupt und Gründer des Kultes der Verdammten... ...ehemaliges Mitglied des Rates der Sechs. Beschwörer von... Metzelt sie nieder! Ein hervorragendes Manöver. Hearthstone-Großmeister und Majodomos des Lichtwönigs selbst, K.T. a.k.a. K.L. Tuzad. Unser Verbündeter ist in großer Bedrängnis. Oh, wartet. Ich habe Schöpfer der Monstrosität vergessen. Können wir nochmal von vorne anfangen? Was soll das heißen, nein? Na gut, aber dafür wird eure Seele mir gehören. Deine Augen werden schwer. Nimm das! Wie der Schatten es befiehlt. Ja, gerufen? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich warte immer noch auf mein... Dieses verabscheuungswürdige Pack hat unser Vorsitz gehört. Im Schrank sammelt sich Energie ab. Macht sie uns zu Nutze. Wie der Schatten es befiehlt. Vor zehn Jahren war ich noch ein Niemand. Aber dann habe ich meinen eigenen Kult gegründet. Jetzt residiere ich in einer fliegenden Zitadelle und ihr könnt das auch. Mit meinem Selbsthilfebuch gießt drauf, statt arm dran. Amen. Los, aktiviert den Schrein. Der Bestrafer warntet. Im Namen des Lichtphönigs. Gute Arbeit. Doppelkill. Wie die Schatten verschwenden wir für kurze Zeit. Doch wir kehren stets zurück. Nerf das! Wähle ein Talent. Ich bin wiedergeboren. Der Kult der Verdammten hat mittlerweile Kultstatus. Ihr sogenannten Helden wart so sehr damit beschäftigt, eure ach so wertvolle T-7-Ausrüstung zusammenzuklauben, dass ihr ganz vergessen habt, nach meinem Syllakterium zu suchen. Gute Arbeit. Du wirst mich nicht noch mal enttäuschen, sterblicher Befestung ausradiert. Helden, sie hitzen einen Eisbestrafer auf euch. Das uralte Böse überlebt. Schreiend, werdet ihr diese Welt verlassen. Eiskalt. Euer Ende ist gekommen! Die Bestrafe der Engel wurde ausgelöscht! Oh, ho, 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 ho! Ah, ha, 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 ha! Wartet, es gibt einen Lichtkönig und einen Skelettkönig? Ach! Oh, ich hasse es, Arbeit und Privatleben zu vermischen! König Arthas hat einmal eine Waffe für mich geschmiedet. Er nannte sie Blutschäumer, Klinge der Pein. Das war etwas zu viel, so ein Geschenk konnte ich unmöglich annehmen. Ich würde gern wissen, was aus dieser Waffe geworden ist. Ich bin einfach unverbesserlich. Wir sollten nicht so selten an unserer Seite hören. Versteh ich nur, schlamm mich tot. Seuchen zu verbreiten war sehr viel einfacher, als noch nicht alles glutenfrei sein musste. Das Beste daran, ein Licht zu sein? Immer frischer Atem. Wie praktisch! Ursprünglich waren einmal 40 Helden nötig, um mich zu besiegen. Ich habe gehört, dass Arthas schon von zehn mickrigen Abenteurern bezwungen wurde. Da drängt sich doch die Frage auf, wer hier eigentlich der wahre Lichtkönig ist. So ist es. Betet um Gnade! 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 Na, das nenne ich mal einen hübschen Krater. Sprengkopfmanufaktur 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 Achtung, Schlachtfeld wird initialisiert. Kampfhandlungen sind nicht auszuschließen. Hey, ich kenne dich doch. Alabama-Kowalski, nicht wahr? Ha, versau mir nicht die Laune. Lass uns einfach was in die Luft jagen. Oh. Schiss vor terranischer Ingenieurskunst. Was ist der bleibende Zeit? Zehn Sekunden. Lauter. Was? Ich bin leise. Beste Zimmerlaufstärke. Zwei, eins. Die Schlacht beginnt. Ha, 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 ha. Zu viel Panzer und zu wenig Gehirn. Deshalb sind schon die Dinosaurier ausgestorben. Ich liebe den Geruch von Napalmarm. Ha, eigentlich so gut wie immer. Ha, das mach ich am liebsten. Du bist das Blut vergossen. Und? Der ist gut. Doch, okay. Ihr seid ein Verbündeter nach meinem Geschmack. Was haltet ihr davon, wenn wir uns mal so richtig abschießen? Oh, Musik in meinen Ohren. Bist du vielleicht John Wayne? Oder bin ich das? Mein Profil hinterlässt Eindruck. Doppelpill. Das hatte Biss. Gelegt in meinen Panzer, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Ich weiß, dass ich übertrieben, Hammer bin. Warum bist du nicht geblieben? Huch. Mir fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, wo ihr der Notausstieg ist. Ha, es gibt doch einen Notausstieg. Oder? Oder? Hallo? Infizieren. Gegner ausgeschaltet. Talentwahl empfohlen. Wir sind ein tolles Team. Sie haben ein Furt zerstört. Mein Profil hinterlässt Eindruck. Blutrausch. Feminierung bestätigt. Gibt's noch was Süßeres? Nein. Panzer, ich begrüße Sie. Lassen wir es kräfen. Genug gepennt. Es ist wieder Zeit, ein bisschen... Stelle Sprengopf bereit. Warten Sie sich für die Inbesitznahme. Ich hab' dich immer noch lieb, Panzerchen. Rollen wir los! Im Visier! Gegnerischer Held. Zerminiert. Doppelkill. Hinweis. Sprengköpfe wurden bereitgestellt. Ende der Nachricht. Hör endlich auf, mich anzuklicken! Wählen Sie ein Talent. Was ist los? Hast du ne Pizza im Horchlappen? Eliminierung abgeschlossen. Ein würdiger Tod. Ein würdiger Tod. Feindliche Festung eingerissen wurden erfüllend ausgeliefert. Überall hinfahren. Was jagen wir hoch? Das wird ein Knaller! Metallparameter Nuklearrakete gestartet. Mir gefällt eure Wildheit. Doppelkill. Immer feste Druck! Dreifachkill. Ihr seid ein Verbündeter nach meinem Geschmack. Ich mach' das schon! Das wird ein Knaller! Die Eliminierung bestätigt. Doppelkill. Ein würdiger Tod. Weiter so! Lass uns aufhören! Gegner ausgeschaltet. Doppelkill. Niemand wird uns aufhalten. Niemand wird uns aufhören. Das war ich am liebsten! Eliminierung abgeschlossen. Ich mach' das schon! Gut gemacht! Gegnerischer Held. Terminiert. Doppelkill. Sieg! Auf die Post! Verfluchtes Tal Verfluchtes Tal Verfluchtes Tal Verfluchtes Tal Bereitet euch auf den Kampf vor, Helden. Was sehe ich hier? Ein Held hat den Kampf verlassen. Es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Stürzt euch in die Schlacht. Oh oh. Musik in meinen Ohren. Erstes Blut vergossen. Doppelkenner. Beeindruckend. Immer Pestel drauf. Bestätigt. Gegner getötet. Meister. Das wird ihnen gewiss fehlen. Lassen wir es krachen. Verdammt. Komm uns in meinen Schiff. Na diese Arteilung sieht die Mama gern. Lassen wir es krachen. Das war aber brutal. Gute Arbeit. Das mache ich am liebsten. Barriere aktiv. Gewaltig. Lass es. Gewaltig. Blutrausch. Rock'n'Roll. Im Visier. Helden. Zockt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Oh. Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Es ist mir ein Vergnügen, Sir. Wählt ein Talent. Hervorragend. Ich mach das schon. Immer feste drauf. Du liebe Güte. Beeindruckend. Im Visier. Volle Kanne. Festung zerstört. Hahaha. Verdammt. Oh. Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Aber klaro. Im Visier. Aber klaro. Aber klaro! Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Zeit für die großen Geschütze! Sieg! MVP! Aptipost! Schlachtfeld der Ewigkeit Musik Musik Wappnet euch Helden. Wollen wir denen dann mal den Hintern versohlen? Na aber, hallo! Ich lasse es qualmen! Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 Wohlanstreiter der Gerechtigkeit. In den Kampf! Ha! Das mach ich am liebsten! Volle Kanne! Erstes Blut vergossen. Vor Wut geplatzt, wie? Doppelkill. Ja, das war ganze Arbeit! Tja! Oh yeah! Tja! Ich lasse es qualmen! Die Engel sind euch wohlgesonnen. Gut gekämpft! Im Visier! Die Form aus der Hölle können hier nicht bestehen. Gut gemacht, meine Verbündeten! Lass mir es werfen! Fehlt ein Talent. Ha! Das mach ich am liebsten! Beachtlich! Ich mach das schon! Ein hervorragendes Manöver. Lass mir es knacken! Rückzug ist kein Zeichen der Schwäche, sondern Strategie. Ist mir ein Vergnügen, Sir! Das mach ich am liebsten! Bald kehren wir Unsterbliche zurück, ihr Helden! Ich mach das schon! Welch Kühnheit! Doppelkill! Und? Der ist gut! Dreifach-Kill! Rock'n'Roll! Hätte ich selbst nicht besser machen können! Blutraum! Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämon! Wählt ein Talent! Lassen wir es krachen! Das wird ein Knaller! Ich mach das schon! Festung Zerstörungs! Ich muss eine neue Position beziehen! Das nenne ich Instandhaltung! Musik in meinen Ohren! Musik in meinen Ohren! Ha! Das mach ich am liebsten! Ich mach das schon! Ich mach das schon! Wir sind siegreich! Wählt ein Talent! Zu mir, Sterbliche! Wir marschieren gegen die Tore der Hölle! Eure Leidenschaft im Kampf ist beeindruckend! Gut gekämpft, Sterbliche! Euer Wille ist stark sterbliches Wesen! Der Drache verschlingt euch! Doppelkill! Zeit auszusteigen! Gibt's noch was Süßeres? Nein! Dreifach-Kill! Vierfach-Kill! Lassen wir es krachen! Es ist mir ein Vergnügen, Sir! Chaos! Feind getötet! Doppelkill! Feind getötet! Festung vernichtet! Feind getötet! Die Beute! Ein hervorragendes Manöver! Sieg! Sieg! MVP! Die Beute! Ab die Post! Grabkammer der Spinnenkönigin! Grabkammer der Spinnenkönigin! Sieg! Und in die Politik! Alle Neuem zu lösen! Lassen Sieg! 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 Musik Wappnet euch! Die Schlacht beginnt bald. Ich erorde mich bald. Schwätzt deutlich, Junge. Ich hör nur Gebrabbel. Die Schlacht beginnt in ... 10 Sekunden. Was jagen wir uns? 5, 4, 3, 2, 1. Möge die Schlacht beginnen. Wuhu! Lassen wir es krachen! Ich ... Ich mach das schon. Erstes Blut vergossen. Löscht die metallenen Spinnen aus. Bringt die Juwelen der Macht zu meinem Altar. Ausgezeichnet! Ha! Das mach ich am liebsten! Ich lass es qualmen! Ha! Das mach ich am liebsten! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Oh! Musik in mein Lund! Gegner getötet! Jetzt! Boom! Schakalaka! Schakalaka! Im Visier! Fager! Lassen wir es krachen! Lassen wir es krachen! Der Feind hat ein Vorverlust! Kämpft weiter so! Wähle ein Talent! Ah! Lassen wir's krachen! Lassen wir's krachen! Ich lass es krachen! W- Ich lass es krachen! Feind getötet! Ein vortrefflicher Tod! Rock'n'Roll! Sie haben einen Rekruten in Ordnung! Ein Held flieht aus dem Kampf! Das wird ein Knaller! Gut! Ausgezogen! Ich lasse es qualmen! Blutrausch! Oh! Musik in meinen Ohren! Die Beute wurde erlegt! Oh! Musik in meinen Ohren! Ich muss mich kurz erholen. Steige aus! Oh! Musik in meinen Ohren! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Ein Held kehrt in den Kampf zurück! Wähle ein Talent! Ja! Tötet Doppelkill! Drei-fach-Kill! Vier-fach-Kill! Aber Klaro! Boom! Schakalaka! Chaos! Das wird ein Knaller! Doppelkill! Ausgezeichnet! Doppelkill! Doppelkill! Die Geister führen eure Hand! Drei-fach-Kill! Drei-fach-Kill! Oh! D- Oh! Und dann? D- D- Dr- Ja! D- Die Beute wurde erliebt! Doppelkill! Drei-fach-Kill! Vor Wut geplatzt, wie? Im Visier. Unaufhaltbar. Bestätigt. Ja, ihre Furs müssen fallen. Gegner getötet. Oh, Musik in meinen Ohren. Feind getötet. Festung zerstört. Der ist gut. Nicht übel, gar nicht übel. Rock'n'Roll. Das mache ich am liebsten. Ja, tötet sie. Ein Held fliegt aus dem Kampf. Doppelkill. Dreifachkill. Vierfachkill. Ausgezeichnet. Held des Sturms. Feind getötet. Doppelkill. Das mache ich am liebsten. Boom. Schakalaka. Rock'n'Roll. Ein Held kehrt in den Kampf zurück. Das mache ich am liebsten. Eine perfekte Attack. Doppelkill. Rock'n'Roll. Dreifachkill. Noch was Süßeres. Nein. Ich muss mich kurz erholen. Das war ein Quart. Zeit auszusteigen. Das wird ein Knaller. Gegner getötet. Das war ein Quart. Doppelkill. Ein vortrefflicher Tod. Dreifachkill. Ist mir ein Vergnügen. Das war ein Quart. Das wird ein Knaller. Der Blutrausch ist zu Ende. Die Wolte wurde erlegt. Steige aus. Ähne ein Talent. Auf geht's. Die Schlacht wartet. Aber Klao. Töte zieht. Doppelkill. Der Vierfach-Kill! Und? Der ist gut. Das gut. Geht. Ich lasse euch euer Leben. M.V.P. Aptipost! W.P. Aptipost! 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 Kampfvorbereitungen eingeleitet. Gut, ein freundliches Gesicht hier zu sehen. Wie ich mich freue, dich zu sehen. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen. Lassen wir es krachen! Ich lasse es qualmen! Lass das! Im Visier! Das erste Blut wurde verborgen. Die Geister führen eure Hand. Doppelkill! Eine perfekte Attacke! Los! Wir schlafen! Drop the roll! Ja, sehr gut! Gut, dich in unserem Team zu haben! Ich mach' das schon! Ich mach' das schon! Ich mach' das schon! Du bist du! Ich mach' das schon! Ich mach' das! Justin, ich mach' das! Ich mach' das, was ich alles nicht machen kann! Ich mach' das! Du bist ein Kampf. Du bist ein Kampf! Und ich mach' das! Ich mach' das! Du bist ein Kampf! Sie haben ein Vor eliminiert. Kämpft weiter so. Ich lasse es qualmen. Lassen wir es krachen. Wir haben unsere Triglav-Protektoren für das Kampfgeschehen im Nexus angepasst. Machen Sie sich bereit für einen Fecht-Test. Ein Talent ist verfügbar. Der Gegner hat die Triglav-Terminal online. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, um den Mech zu steuern. Mein Profil hinterlässt Eindruck. Rausch. Ha, das mache ich am liebsten. Ich bin beeindruckt. Gut, dich in unserem Team zu haben. Volle Kanne. Oh, ich... Oh, Musik in meinen Ohren. Ich mache das schon. Ein klarer Sieg. Kämpft weiter so. Ha, das mache ich am liebsten. Alles, alle! Das mache ich am liebsten. Bestätigt! Triglav-Protektor einsatzbereit. Designieren Sie einen Piloten und einen Richtschützen, um die Bewaffnung zu testen. Rock'n'roll! Ein Talent ist verfügbar. Damit kann man Spass haben. Keine Gewalt ist auch keine Lösung. Ausgezeichnete Arbeit Oh, Musik in meinen Ohren Seltsam, ich hätte nicht erwartet, dass der Protektor derart zerlegt wird Ein weiterer Schritt in Richtung Sieg Es sind ja ein paar genügend, Sir Sieg MVP Aptipost Endstation Praxis Aptipost Endstation Praxis Anlage fährt hoch Aber gleich beginnt der Kampf Terraner? Oh, waren denn keine brauchbaren Verbündeten verfügbar? Hey, ich hab ne Idee Warum läufst du nicht mal 30 Meter raus ins Feld und hältst kurz still? Verbleibende Zeit Zehn Sekunden Fünf Vier Drei Zwei Eins Volle Kanne Anlage online Die Schlacht beginnt Vier Zwei 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 Erstes Blut, vergossen. Ihr seid doch nicht zu erbärmlich, wie ihr scheint. Doppelkill. Oh nein, die Signale werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Sie wurden getintet. Held getötet. Ha! Ein glorreicher Schachzug. Held getötet. Und einsatzbereit. Niemand stellt sich uns hin. Die Signale sind aktiv. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber. Aber wenn das nur gut geht... Im Visier! Rock'n'Roll! Wählen Sie ein Talent aus. Bestätigt! Lassen wir's krachen! Oh! Musik in meinen Ohren! Held getötet! Held getötet! Ihr scheint doch zu etwas früh zu sein! Ha! Das mach' ich am liebsten! Ich mach' das schon! Oh oh! Warum lebt dieser Held noch? Warum lebt dieser Held noch? Tötet ihn! Unsere veründelten Wanken! Das ist nicht akzeptabel! Oh yeah! Ich mach' das schon! Lassen wir's krachen! Mano! Immer feste! Hey! Hey! Wollen Sie vielleicht mal was sehen? Ich lasse es qualmen! Und zwar eine riesige Zerg-Gruppe! Die direkt auf uns zukommt! Wählen Sie ein Talent! Doppelpilm! Bestätigt! im Visier! Aber klau! Fuhr zerstört! Mein Pesod! Ich lasse es qualmen! Wir müssen uns neu formieren! Held, getötet! Aber klaro! Doppelkill! Ha! Das mach ich am liebsten! Absolute Perfektion! Blutrausch! Ich mach das schon! Vorzerstörung bestätigt! Wählen Sie ein Talent aus! Diese Zerg wären wir los! Wer hat diese armselige Anlage eigentlich überhaupt entworfen? Ach, das war ja ich! Nichts kann uns aufhalten! Ich mach das schon! Held, getötet! Doppelkill! Der unendliche Abgrund verschwindet! Ich mach das schon! Held, getötet! Doppelkill! Ihr Versagen ist vollständig! Ihr Versagen ist vollständig! Bestätigt! Chaos! Chaos! Ich mach das schon! Gute Arbeit! Sie haben eine gegnerische Festung demoliert! Bestätigt! Keine Gewalt ist auch keine Lösung! Keine Gewalt ist auch keine Lösung! Die Signale fahren hoch! Und die Zerg werden langsam unruhig! Bestätigt! Bestätigt! Immer fester drauf! Held, getötet! Vor Wut geplatzt! Wie? Bestätigt! Die Signale sind jetzt online! Bitte lassen Sie sie nicht in die Hände des Feindes fallen! Total glücklich! Auf geht's! Die Schlacht wartet! Ich lasse es qualmen! Auf geht's! Die Schlacht wartet! Ich lasse es qualmen! Der nahende Zerg-Schwarm ist genau genommen kleiner als der, der sich auf unseren Gegner zubewegt! Aber es ist immer noch ein nahender Zerg-Schwarm! Wo? Volle Kanne! Zeit für die großen Geschütze! Oh yeah! Immer fester drauf! Wut! Gegnerischer Held! Terminiert! Doppelklang! Oh! Musik in meinen Ohren! Musik! Musik in�를 verwandoren! Zang! mocking появ coincidence! Không sagen.